gekauft hallo Los Next Wave Nein ich muss das noch Double Gold kaufen das ist jetzt ärgerlich und so auf Bildung oh Mann um und dabei wollte es sein dass das werden Achtung auch nur noch was Prozent Achtung und bleibt hinter mir ich hab die Lederrüstung und schießt mich nicht ab ja auch nö 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 du kommst nicht um die Kerze hier und wir kommen uns um die anderen ey kann der Makro Uau mit S BSA ja geht er weg ich mach das ich ich scheiße Drecksbogen schützen 9 um uh alter verzieh ich da ich muss mich kurz heilen ach ja doch auch vorweg und erhält ihr die Leute schweiß bürgermeister alles da was macht jetzt schon gesagt mit dem erhebenden verdammten mehr das soll wieder spornen bei der ich will mit ihm über die ganze Horde in die Luft jagen er hat alles daraus nichts geworden ja es ist schon over ich habe mal wieder alles hier alleine gemacht das kann doch so nicht weitergehen du mit einem pfeil im kopf schädel und da ist ja alles auf doppel gold setzen tja das ist natürlich ärgerlich hätte ich nicht so viel scheiß gemacht hätte wahrscheinlich auch schon eine rüstung ja toby siehst du ja leon also recht der dragon mein mein gott xx toby non xx verdammte scheiße was machst du bloß wieder with the skeletons ach kein problem es wird ein spaziergang wir müssen uns nur auf eine kerze konzentrieren und damit die anderen nicht aggro werden ja da wo wir jetzt alle stehen wenn ihr seine eigene nimmt dann ist kacke möglichst alle auf einer und dann alles absnipern und das was bei der eigenen kerze spawnt obwohl im moment spawnt bei uns gar nichts vielleicht ist das wieder so ein level wo nur bei drei kerzen was spawnt kann sein dass mir jemand immer die kills weg stiehlt nö wer würde sowas machen aber wir verteilen ja das gold gleichmäßig aber wir verteilen ja das gold gleichmäßig brüderlich untereinander und dann natürlich natürlich so sieht es nämlich aus hast schon recht ja also wenn ich dann mal so wenn ich keine skelette werden würde ich jetzt ja ich drum rennen aber das macht mit den skeletten echt wenig spaß ja wenn ihr nicht endlich drauf gehen würde dann dich deshalb nicht immer doppelgold hausse dann könnte ich ja auch ich weiß genau aber ich bin hier das ist ein skelettenlappen ja vielleicht spawnt hier ja auch was hey wer schießt mich jetzt nicht ab sperros jetzt hast du die ganzen an der kerze da angelockt ja weil mich irgendjemand angeschossen hat mich hat irgendwas ein skelett hat dich angeschossen ja ist klar von hinten da standet nur ihr zwei zufällig ach einfach nur penis so und schon ist das let's play nicht mehr jugendfrei also echt so ich habe 37 ich kann mir kein doppelgold leisten tut mir leid sperros du musst doppelgold ich nehme wieder doppelgold von mir aus wenn ihr euch mal zusammentut und dann irgendein upgrade mal euch zieht wie rüstung oder so tobi gib mir mal dein gold ja gib mir mal gold tobi ja komm einer macht einer macht so und dann nächste runde macht das andersrum ja ja los du musst du 13 gold geben ich hab eh schon ja will ich auch hoffen dass du dann nächstes mal auch so spendabel bist ja ganz natürlich ist ja logisch Davi ge all dadadada wieso agility du brauchst rüstung mann ich brauche keine rüstung wenn ich mit dem bogen alle umlege dann ist überflüssig vorestimkw solange du dann auch solange du gleichzeitig auch noch rüstung hochziehst rüstung ist auch ein wichtiger bestandteil wenn später alles voll ist dann nützt dir auch nichts mehr Magma Cubes Mal eins aber nur Es ist trotzdem brutal Ich glaube hier spawnen sie auch diesmal wieder bei uns Nein die spawnen nur mal eins Stand da aber es ist trotzdem brutal genug Kann ich dir sagen Weil Magma Cubes das sind solche Viecher Die gerne ziemlich viel werden Wow was gibt es bei der Maus Keine Ahnung Vielleicht ist es auf Urlaub oder so Was macht denn dieser Leon Dragon Da vorne Der mischt dir mal ein bisschen auf Dass ich ihn wieder abschieße oder was Wehe einer von euch schriftlich Der der Agility kauft geht in Nachkampf Also Kann dir keiner erraten Kann dir keiner erraten dass es Magma Cubes kommen Ja da könntest du trotzdem Pogen nehmen Kann man das essen oder was Tja Ne So sieht es nämlich aus Ach verdammt machen die Stinger schaden Obwohl mit meiner Rüstung Achtung Da jumpen Mega Essen 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 Ja Essen Verdammt werden das viele Das ist nur mal eins Und das sind extremst viele Ja und Aber dafür bekommen wir haufenweise Gold Das ist schon mal der Das ist schon mal cool Dass man hier so viel Gold bekommt Ja und das ist noch nicht so wichtig So schubst du jetzt einfach mal darunter Ja bei mir läuft alles gut Ja Wie das war's schon Lol Ja das ist mega Heido 90 Was hast denn du gemacht Leon Ich weiß nicht Ich hab immer nur auf die Großen geschlagen Hab die Kleinen weggesniped Ihr Blöden Nein ich bin dann auch in Nachkampf gegangen Tobi ich glaub du bist nicht mehr auf meine Einbrüsen angewiesen Stimmt Gut erkannt So ich hol mir mal Uberheel Meinst du Was bringt das Achso da liegt es Achso Uberheel Nein das würde ich jetzt noch nicht einlösen Das heilt nämlich alle Hat der Tobi nämlich übrigens auch noch Wie kann man das einlösen Was dann Einfach auf den Boden schmeißen die Flasche Aber nicht jetzt Ich hab dann nie eine Flasche bekommen Nirgendwo Oh Tobi lag da Die wird gesprochen Die lag da man Ach nein Achso Die ist da gespuckt Ja Ja inzwischen sind die 5 Minuten wahrscheinlich schon rum Und da ist Liegt sie nicht mehr da Ja kann man Nein die lag nicht mehr da Kann man nicht Also hat schon irgendjemand Double Gold gekauft Nein Muss ich Muss ich wieder machen Alles hängt wieder an mir Ja Das ist halt einfach Sperus LP ne Ja also Der der die Arbeit macht Der der Ja Passiert Okay Äh Zombie Pigman Ähm Ja Zombie Pigman Ach man Wer lockt die jetzt schon wieder an Also echt Jawohl Zwei Schüsse Du und deine zwei Schüsse Ich brauch drei Schüsse mindestens Ich auch Aber ich hab immer eine Lederrüstung Ja Oh Verdammt man Ich bekomm ja kaum was hier Was macht die denn alle Keine Ahnung Alter Schau mal wie viel Geld ich bekomme Das onnen irgendwie sau viele Ja Ich schieße irgendwie immer wieder einen anderen ab Ja Aber es ist denke ich mal nicht schlau jetzt in den Nahkampf zu gehen Nein bei dir Überhaupt nicht Alter wieso sind das so viele Ich treffe überhaupt keinen Den ich dann überhaupt mal kill Weil das so viele sind Ich meine etwas Gold bekomm ich hier Man muss nur Ziemlich schnell schießen Man muss sich einen aussuchen Und den dann Dauerfeuer geben Ja Also mit zwei Schüssen ist das optimal Ja also bei mir sind es so mindestens drei Verdammt da ist eine Acker auf mich gerollt Nein Oh schon vorbei Ach man ich kann mir schon wieder kein Upgrade kaufen Ich auch nicht Ich auch nicht Wartet mal vielleicht können wir es jetzt so machen Tobi kauft mal Double Gold Der Leon ist mir noch was schuldig Ja ich krieg's dann später wieder Ich will jetzt erstmal eine Rüstung noch machen Soll ich jetzt Double Gold kaufen Ja Eric du gibst mir mal Sperros du gibst mir mal drei Gold Wenn das Ja Ja also Verdammt das waren fünf Du gibst mir jetzt bitte zwei zurück Ah ja Warte Ich bin nicht dran gewollt Dass man da auch eins geben kann Du bist Player zwei ne Ich bin Player drei Achso Ich bin der blaue Der Ich bin Bitte an die Grünen Bitte An den Grünen Okay sehr schön Upgrade Und dann Ich glaub ich nehm lieber Attack Hast du Double Gold schon eingelöst Tobi hat Noch eingelöst Schau doch in den Chat Da steht doch Würdest du Äh würdest du lieber Defense oder Attack Ne erstmal sollte jeder Defense hochziehen Jeder solle Defense hochziehen Okay Denn das ist später wichtig Ob er dann Agility oder Attack nimmt Das ist Egal Eben selber überlassen Auf jeden Fall Welches Level kommt jetzt Jetzt kommt keine Ahnung Ich drück drauf Moment Was hatten wir als erstes Zolle Tegner Jetzt kommt Piggy Bonus 100 Euro Was ist das? Jetzt kommt gleich ein Piggy 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 Wo ist mein Piggy? Ach Da kommt Da ist es Piggi Achtung Piggy Bonus Alter lol 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 Roffel XD Lol Roffel Alter Bleib stehen Ey Blöde Ja Hey ich hab's bekommen Ja man Ich hab das Ding umkauen Alter Super Will ihr mich verarschen? Ist ja traumhaft Ich meine Schwerbrust hat ja nicht irgendwie genug Geld Oder so Nein Ja ich hab vielleicht den meisten Schaden gemacht Oder so Willst du mich verarschen? Hey lass das lass das Willst du mich verarschen? Also was machen wir denn jetzt? Eine alte Schnauze Ähm wer braucht denn noch einen? Also der Tobi der hat erst ein Upgrade oder? Ja Ohhhh Also jetzt muss ich dir etwas Gold geben damit du dir ein zweites Upgrade kaufst Was du dir kaufst ist dir überlassen Darf ich mir auch ein zweites Upgrade kaufen? Du hast doch schon zwei Der hat zwei Nein Versuch was wert Der will bloß schnoren Ich doch nicht Nein Nein Soll ich mir nochmal die Fans kauf? Double gold Wenn jemand kurz vorm Downsein ist ne sagt er mir einfach bescheiden nämlich dieses Oberheel 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 Startet mal die Welle ich will mal schauen was passiert wenn ich hier drin bleibe Äh keine Ahnung Start mal Okay Weißt du dass das eine gute Idee ist? Start einfach mal Okay Wo ist denn der? So Ah Alle die Goldrüstung Ja der Pro halt So was hast du dir gekauft? Weiß es doch Zombies mal 4 na immerhin Aber die sind jetzt Level 2 Nicht gut Wir müssen die Kerze verteidigen Ja Verteidig die Kerze mal Ich muss was anderes machen Nein ähm Mach du gut so Ich geb dir auch gleich du musst was anderes machen Das sind so viele Ja Ich kann die Kerze nicht halten Ach es läuft doch eigentlich ganz gut Halt bitte die Klappe Was genau hast du mir dir gleich gekauft? Ähm Tobi Hey Es ist Tobi 9 9 Nein Nein da steht kein Mister Oh Bei mir schon Warum habe ich jetzt bitte gerade Überhilfe verwendet? Keine Ahnung hast du irgendwo XP eingesammelt? Krass Du bist alle geheilt Ja ich fühle mich so gut So gut Okay Hat sich überhaupt nicht gelohnt Ja ich hätte nämlich voll leid Ja ich nicht ganz aber ich war gerade dabei mich zu regenerieren Hey verdammt was wir schießen mich da ständig ab Dann sagst du wenigstens mal Dankeschön Ja danke Ja äh ja Ja hier 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 Ja Verdammt Uber hier Hey verdammt Hilfe Zehn Sekunden muss ich überleben Super ich hab 16 Alter ohne Mist Ich hab 62 Schön dass der Der Soll ich mit 6 Der Herr Sperrus mir immer alle Zombies auf den Hals gehetzt haben Ja ich hab die alle umgelegt Schau doch mal meine Leistung da an ich hab die alle umgelegt Gib mir mal bitte noch was ich mich equippen kann oder so wenn ich auch was Ja ähm der Tobi holst du diesmal Double Gold Ja das sehe ich aus wie kalt Ja mach der Tobi Erik du kannst mir doch was geben ne Oder soll ich erst dem Tobi was geben Bullshit Okay jetzt gebe ich dem Tobi nix mehr Okay jetzt gebe ich dem Tobi nix mehr Okay Ähm Ich muss natürlich wieder das ganze Gold geben Mal so Ja weil Sperrus EP hat es einfach nicht nötig Verstehst du der Was heißt hat denn das eigentlich zu bedeuten Ja keine Ahnung So Alter hab ich viel Gold Ja ich bin ja auch wieder der Beste von die Rolle Ja Alter da oben ist auch so ein Knopf Gegenteil Ich明白 D Audio Jetzt Ich weiß真的 mag es ollut L Mann Oder